Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten im zweiten Teil ja kurz schon erläutert, dass wir in diesem dritten Teil nochmal auf die Standortdaten etwas genauer eingehen und auf diese Cooling Design Day Berechnung nochmal ein bisschen den Background darstellen. Also, bei deutschen Standorten haben wir eine relativ große Informationsmenge zur Verfügung. Das heißt, wir kriegen vom Deutschen Wetterdienst angeliefert unterschiedliche Betrachtungen für diese Außentemperaturen und für die Strahlung meines Standortes. Dafür gibt es Testreferenzjahre. Diese Testreferenzjahre gliedern sich dann in Klimaregionen, die ich hier nochmal einsehen kann. Und mit diesen Informationen wird die erste Berechnung der Kühllast gemacht, nämlich diese Gebäudesimulation. Das kann ich hier also durchrechnen lassen und bekomme dann ein reelles Jahr im Grunde durchgerechnet mit allen Höhen und Tiefen. Und wenn man sich die Daten anschaut, dann sieht man auch, was ich hier mal zeigen kann. Ich schaue gerade, ach so, nehme ich keine Temperaturen. Ich gehe mal kurz hier auf einen Raum. So, und wenn Sie mal hier die Außentemperatur sehen, dann sehen Sie, dass ich jetzt hier im Monat August auch Tage dabei habe, wo die Außentemperatur mal deutlich einbricht, weil hier wirklich echte meteorologische Daten hinter meinem Standort stehen. Das heißt, ich kriege mit der Berechnung Gebäudesimulation in der neuen Kühllast ein reelles Jahr gerechnet. Und in Deutschland habe ich etwas mehr Informationen. Ich kann dann dieses reelle Jahr für einen extremen Sommer, extremen Winter zum Beispiel rechnen lassen und bekomme ein entsprechendes Ergebnis. Die zweite Berechnung, die die Kühllast hier ermöglicht, ist die Berechnung Cooling Design Day. Cooling Design Day ermittelt sich aus einer besonderen Festlegung der VDI. Das heißt, zusätzlich zu den Standortdaten gibt es für Deutschland nochmal vier Klimazonen, die definiert wurden in der VDI. Und für diese vier Klimazonen gibt es für die Sommermonate eine Datengrundlage, um eine 14-tägige Vorberechnung bei einem bedeckten oder bewölkten Tag vorzunehmen. Und dann gibt es eine vier-tägige Anlaufrechnung mit sonnigen Tagen und einen abschließenden Cooling Design Day. Das ist der, der hier letztendlich ausgerechnet wird mit maximaler Außentemperatur. Also, während in der Gebäudesimulation wirklich ein konkretes ganzjähriges Jahr mit jeder Stunde im Jahr durchgerechnet wird, wird bei dem Cooling Design Day als alternative Berechnung ein maximales Szenario pro Monat gerechnet und dieses wird dann entsprechend ausgegeben. Für Cooling Design Day stehen uns nur deutsche Informationen derzeit zur Verfügung. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich einen Standort rechnen will, dann stehen uns weder Testreferenzjahre zur Verfügung, noch stehen uns diese Cooling Design Informationen zur Verfügung. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier irgendeinen Standort Wien verwende, dann sehen Sie, hier wird kein Testreferenzjahre mehr ausgegeben, es wird keine Klimaregion mehr ausgegeben, sondern wir arbeiten für Österreich oder auch für andere Standorte außerhalb Deutschlands mit gemessenen Werten, die uns von unserem Partner Meteonorm zur Verfügung gestellt werden. Die nutzen wir dann. Die CDD-Berechnung können wir mangels anderer Daten dann auch nur für Kühllastzonen in Deutschland ermitteln. So, dass ich hier, wenn ich die Gebäudesimulation ausführe, über jede Stunde des Jahres jetzt mit einem Klimadatensatz Wien rechne, mit einem reell gemessenen Jahr in Wien und die Cooling Design Periode könnte ich jetzt nur auf deutschen Standorten rechnen. Und die Ergebnislage wäre dann auch dementsprechend hier, wenn ich jetzt auf den Raum schaue, habe ich diese Maximalwerte, ich gehe mal da raus, zum Beispiel höchste Anlagenlast kühlen, hätte ich jetzt für den Standort Wien gerechnet mit einem reellen meteorologischen Jahr und die Cooling Design Periode hätte ich mit einem deutschen Standort oder mit einer deutschen Kühllastzone gerechnet. Ja, das war dieser Hintergrund, was passiert, wenn ich außerhalb Deutschlands Standorte habe und wie unterscheiden sich diese beiden Informationen, diese beiden Berechnungsgänge. Im nächsten Teil wollen wir dann in die Differenzierung der Berechnung gehen und bedanken uns hier schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020